ja ehrlich mein lieben und willkommen zu einer ankündigung ich hatte gerade einen stream mit ihr lieben blackjack der noch neben mir sitzt gerade war eigentlich ganz gut aus stream ist eigentlich schade dass ich das da einkündigen muss was nicht so schön ist und zwar erinnert euch ja bestimmt noch an den lieben justin klammern auf klammer auf lernt klammer zu klammer auf au pair ist klammer zu bearbeiten er sich nennen möchte der weg sieht auch mal sein lang wie die unterhose und ja wir haben im januar mit januar das war hat mir noch mal geredet er hat ja seit dezember oder man es war glaube ich dezember ich habe die videos land auf dem retro kanal drauf hatte er das erste mal da was gemacht und ganz ehrlich ich habe es echt nicht mal lust drauf jetzt noch ewig lange zu warten noch zwei wochen bis ich noch mal frage ich habe ihn schon zweimal versucht zu kontaktieren er war online zu diesen zeitpunkt nicht geantwortet dass ich das mal mit ihm besprechen könnte das heißt nämlich jetzt dass unser lieber justin aus dem kanal draußen ist dass ich ihn herauswerfen denn auch solche so eine schoße habe ich keine lust mehr ist mir egal ob er irgendwie jetzt rummeckert oder so ich habe in zwei monate zeit gegeben was zu machen er hat in diesen monaten keinen schlag getan er hat nicht mal sich irgendwie richtig bei mir abgemeldet er meinte mal als er wieder da war meinte er ja ich mache wieder was dann kam doch nichts da meinte er hätte da irgendwie so eine komische kooperation am laufen special was auch immer weil sie was nie zustande kam und darauf habe ich keinen bock mehr das heißt nämlich jetzt auch ich würde jetzt wahrscheinlich demnächst im lpf forum mit freud auf machen auf und nicht eigentlich da suchen für kann er würde für kanal etwas gewagt finde weil ja dass sie viele minecraft kitties rumlaufen und sehr viele leute nicht unbedingt meine meinung über let's place teil habe ich meine ich habe auch den guten curry kennengelernt dort übersetzt platform und gut ohne sinn über den kann ich jetzt noch nicht viel sagen aber naja justin ist draußen aus dem kanal es werden neue mitglieder gesucht weil sonst sind ja momentan blackjack ist ja momentan und ja da ist das halt ein bisschen blöd im gemeinschaftskanal nee zu dritt zu dritt neonses blackjack und ich sind ja momentan nur in den kanal dran ja da ist das ein bisschen blöd und blackjack ist ja sowieso eher hintergrund aktiv und plant mehr sachen also neonses momentan nur und der macht ja auch zeittechnisch nicht so viel macht zwar was und er sagt mir auch bescheid nicht so wie justin und da kann es auch verstehen weil ihr abitur macht und naja ich würde sagen bis uns dann morgen bei den videos nächste woche wieder beim livestream bis zum nächsten mal leute bis zum nächsten mal ich werde es morgen rennt dann habe ich auch keinen bock mehr dazu bis dann leute bis dann